Magst du gerne Fisch? Ich bin eigentlich Vegetarier. Von daher... Verstehe. Ich mag sie, wenn sie noch leben. Ich wollte dich gerade fragen, ob du Lust auf ein vorgezogenes Abendessen hast. Aber jetzt da, ich weiß, ich hab auch eine ziemlich gute vegetarische Variante drauf. Das klingt toll. Gut, gut. Alles klar. Abgemacht. Brauchst du noch irgendwas? Soll ich was mitbringen? Ein bisschen Gemüse wäre toll. Okay, das krieg ich hin.